Herzlich Willkommen zurück auf Kanal Tore 5 mit einem weiteren Modell. Und zwar schauen wir uns heute die Alpenarena Hallstein Beta 0.5 von FW Luzern an. Er schreibt zu Map basierend auf meinem eigenen Tore 5 Liftanlagen und 11 Pisten. Benötigte Mods, Turmstechnik, Schneedlanze, AT60, Pistenbuli 600, Kofferaufbau, Pistenbuli 600, Polar, Robes Extras, Beta Version, viel Spaß mit der Map. Ja, es ist so ein kleines Terrain, Beta 0.5, weil es fast noch gar nichts gibt. Ich habe mir schon ein bisschen so drüber geschaut, ein bisschen, aber ja. Wir schauen mal durch. Seilbahnen. Es gibt die Hallsteiner Bahn, die Semmeringbahn, die Berner Bahn, Gipfellift und das war's. Ja. Und die Pisten. Ähm, ich wüsste gerne, was Piste 1 oder 2 ist. Oder was bestimmt Licht was für ein ist. Aber das ist auf jeden Fall das Gebiet. Hütten, Seelen gibt's auch zwei. Apreschieber und Jausenhütte. Ähm, Lawinen gibt's zwei. Weißpringrohre. Beschneiung gibt's auch. Sehr viel Schneekononen hier, ja. Ähm, Inventionen, Kredite. Es ist alles gekauft am Anfang. Ja, ähm, dann... Ich lass schnell die... Sachen alle präparieren. Und, ja. Also. Wir fangen hier unten an. Hier ist mein großer Parkplatz. Hier ist auch ein Shop. Ähm, Pistenpulli Garage mit Pistenpulli 100 und Pistenpulli, ähm, Transportboxaufbau, ja. Ähm, hier steht ne Schneekonone. Vielleicht sieht ja nett aus hier. Ähm, Pickup, Schirmbar, ja. Das dürfte dann... Ah, die, äh, die, die Steinerbahn haben wir noch vergessen. Die Steinerbahn, ja. Da ist die Hallsteinerbahn, glaub ich, ist das. Ja. Das ist die Hallsteinerbahn. Die Hallsteinerbahn-Stütze ist super. Hier so kleine Bäumchen unten auch. Perfekt. Hätte von mir aus ein bisschen größer sein können. Die Stützen. Aber wenn's so geht, dann passt's auch die Hallsteinerbahn. Ähm, ich hätt's gesagt, wir machen alle auf. Ja, ich lass die mal beschicken. Ich lass die alle mal beschicken. Abgeben. Okay. Also, ja, wir haben sich jetzt alle beschicken lassen. Ähm, hier sieht man auch nochmal den Pistenplan. Ähm, die Pisten, die hab ich jetzt alle präferieren lassen. Ähm, wenig Gondeln hier drin. Wenig Gondeln. Wieso hängt's eigentlich beim Wartungsgestell hier das? Das Wartungs... Ja, ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall gibt's dann hier eine sehr steile Abfahrt dann gleich runter da. Ähm, ich weiß leider nicht, was für eine Piste das ist. Es steht auch hier am Rand nirgends. Keine Pistenschilder. Ähm, Dings, äh, Windnanker. Okay, die wird jetzt beschickt. Ja. Ähm, zu dem Lift kommen wir gleich. Ähm, dann haben wir hier, glaub ich, die Jausenhütte, sowas. Ja. Schneilanzen. Ähm, Türmschneikrone. Und dann sind wir auch schon wieder hier unten mehrere Schneilanzen. Ähm, es gibt auch hier eine Piste unter Zoom. Zoom, Zoom, Zoom ist, glaub ich, da. Die Semmeringbahn ist das. Die Semmeringbahn. Okay, Robo ist Extras auch benutzt. Ja. Ähm, ja, Willkommen hier zum Blödenstützen TV. Ähm, ich habe mir, eigentlich am Anfang habe ich gedacht, oh, die Map ist hier ganz super. Aber leider gibt es hier ein Stützen-Fail. Ja. Leider. Perfekt. Wiederwinden Anker hier. Ähm, mhm. Ich mag die Map eigentlich jetzt nicht mehr so. Weil es scheiße aussteigen ist, ja. Und ja, hier. Terrain ist noch nicht fertig. Aber es ist ja noch nicht beta. Und jetzt hier wieder ein bisschen runter, kann man wieder zurückfahren, ja. Ähm, ja, wenn man hier herfährt, dann kann man auch hier runterfahren. Und dann kommt man insgesamt hier hin. so, das ist dann die, die, ähm, Berna-Bahn, ähm, Achter-Sessel-Bahn. Ähm, die geht hier hoch mit einer angenehmen Höhe. Jetzt hier auf vier hätte noch eine zweite Stütze gehört. Sonst hier oben hätte auch noch eine zweite gehört. Sonst coole Spannung, coole Spannung hier rüber. Und hier auch noch perfekt. Ja, ähm, dann, ja, wenn man hier so runterfährt, habe ich eigentlich keine Ahnung, wie kommt man hier hinten her. Ja, wenn man hier drüben, hier drüben übertaucht und hier hinkommt, äh, ja. Ähm, keine Ahnung, wieso hier Netz ist, dabei die Piste hier runtergeht. Ich habe mich alle Pisten präparieren lassen. Ups, vielleicht nicht alle. Aber, ähm, da bin ich jetzt gespannt. Ah ja, hier geht es, ja, Piste nochmal hier runter, ja. Aber hier ist es ein bisschen, ein bisschen steil runter. Ja, ah, es ist hier von der, da ist auch noch ein Lift, den habe ich gar nicht gesehen. Also, ja, das ist dann die, die Seilbahn, die, der Steiner Lift ist das. Aber mit der Metropos Extras für CLF. Cool, cool. Ähm, Höhe passt so circa, ja. Ähm, Stützen passen nicht. Ähm, geht da rauf. Ja. Ähm, dann gibt's hier, äh, nicht schön, nicht schön hier. Zum, an, zu einem anderen Lift nochmal, zum, zum Gipfellift. Der Gipfellift geht hier hoch, der läuft jetzt noch nicht. Der geht aber hier hoch auf den sehr, sehr, hässlichen Gipfel. Muss ich wirklich so sagen. Mit hier, ne. und dann gibt's hier so halb, halbfertige Pisten hier runter. Was ist das, hey, wirklich? Mhm. Ähm, ja, ich glaub, ich hab dann alles auf diesem Map. Ich glaub, es gibt nicht mehr Sachen. Also, würd ich sagen, Leute, ähm, ja, bis zum nächsten Mal und ciao, bye.